Hallo meine Liebe, die Adventszeit hat begonnen und ich freue mich heute mit dir ein ganz einfaches kleines Keksrezept zu teilen, was basisch ist und dir viele gute Vitalstoffe bringt. Also, ich habe vier Zutaten, mehr brauche ich zunächst erstmal nicht. Das sind aktivierte Mandeln, ich verlinke dir einen Artikel darunter, warum es sinnvoll ist, Getreide und Hülsenfrüchte und Nüsse und Mandeln über Nacht einzuweichen oder je nachdem auch unterschiedlicher Mandeln, weiche ich über Nacht ein. Dadurch sind sie besser verdaulich, werden von unserem Körper viel besser aufgenommen und danach trockne ich sie im Trockengerät wieder, das heißt sie sind haltbar, sie sind knackig trocken. So, ich kann sie gut verwerten und habe aber trotzdem diese Aktivierung vorbereitet. So, dann habe ich Buchweizen. Buchweizen ist ein guter Säurerbringer, in diesem Fall habe ich den Buchweizen aber ankeimen lassen. Sprossen sind wunderbare basische Mineralien. Natürlich ist sowas frisch immer besser, ich arbeite aber gerne auf Vorrat, weil ich einfach eine große Familie habe und nicht alles immer frisch zubereiten kann und auch nicht mag. Also ich mag das gerne, ein paar Vorräte im Haus zu haben, wo ich spontan sagen kann, oh ja, jetzt mache ich dies oder das. Dann habe ich noch ein selbstgemachtes Dattelmus. Das ist aus eingeweichten Datteln, die über Nacht im Wasser im Kühlschrank gestanden haben und dann püriert. Dieses Dattelmus hält sich ungefähr fünf, sechs Tage im Kühlschrank und ist eine wunderbare Alternative zu allen möglichen sauren Süßungsmitteln. Dieses ist süß und basisch. Und dann haben wir noch Zimt, weil es sollen Zimtkekse werden. So, als erstes nehme ich diese beiden vorbereiteten Sachen und bereite sie ein, mache sie einmal zum Mehl. Dann machen wir den nächsten Schritt. So, jetzt habe ich in meinem Hochleistungsmixer ein wunderbares Mehl hergestellt. Falls du dich wunderst, ich habe insgesamt jetzt ein bisschen mehr Dattel genommen. Das kannst du, Mandel genommen als Rufweizen, das kannst du ausprobieren. Wenn ich zu viel Rufweizen in meine Teige hineingebe, mögen meine Kinder die Bitterstoffe nicht. Ja, das heißt, das teste einfach für dich aus, was da für dich richtig ist an Menge Zimt nehme ich gar nicht viel. Ah, mir fällt noch etwas ein, um das Ganze abzurunden. Kannst du wunderbar auch noch ein Stück Vanille dazu machen. Entweder du hast eine Stange, eine Vanillenstange, dann könntest du sie gleich ein Stück davon mit den Mandeln und dem Buchweizen zusammen in der Maschine klein machen. Oder aber du hast es so in der Tüte, dann geht es wunderbar einfach ein bisschen von dieser hochwertigen, das ist wirklich reine Bourbon-Manee, da ist nichts anderes noch drin, dort mit hineinzugeben. So, und jetzt habe ich meine Tattel. So, und jetzt schaue ich mal, das muss jetzt natürlich eine Masse werden. Mal sehen, wie jetzt die verteilt ist. Da ich sie im Trockengerät trocken möchte, kann ich auch noch mehr Feuchtigkeit erst mal dazu machen. Mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier macht. Es soll ja auch nicht zu süß werden, Hauptsache, dass es sich gut verarbeiten lässt erst mal. Ja, so, dass du das so sehen kannst, ich zeige es dir mal. Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier rein und mache, wie du es vielleicht von einem klassischen Mürbeteigrezept kennst, wirklich mit der Gabel zunächst erst mal da durch. Das sieht auch schon sehr gut aus. Wahrscheinlich brauche ich da gar nicht mehr Feuchtigkeit. Diesen Teil kann ich natürlich auch in der Küchenmaschine zubereiten. Ich mag es aber auch, also das ist auch immer eine Idee dafür, du könntest auch das Mehl vorbereiten und dann die einzelnen Zutaten mitnehmen und dann irgendwo anders diese Kekse zubereiten. Ja, die können in den Trockner, sie müssen ja aber nicht. Das heißt, du kannst sogar, wenn du sagst, ich fahre irgendwo hin und dann und dann gibt es irgendwie was Süßes oder so, dann kannst du dir deinen eigenen Keksteig auf diese Art und Weise auch mitnehmen und erst dort zubereiten oder vorher machen. So, jetzt knete ich das noch einmal mit der Hand durch. Schauen wir mal, wie sich der Teig verarbeiten lässt. Ja, das ist doch super. Wichtig ist bei den getrockneten Sachen, dass sie natürlich auch jetzt schon im Rohzustand besonders lecker schmecken. Allerdings musst du auffassen mit süß und salzig. Immer dann, wenn du etwas trocknest, wird es natürlich mehr, also es wird intensiver. Sehr lecker. Mag ich genauso verwerten. Stop. Mit so einem Teig kannst du wunderbar Kugeln machen. Das ist die einfachste Variante. Wenn es aber nach Weihnachtskeksen aussehen soll, dann müssen wir natürlich etwas raffinierter damit sein. Und dafür brauchen wir ein Hilfsmittel und das ist die Klarsichtfolie. Wobei es vielleicht auch mit dem ökologischen Backpapier geht, was ich gekauft habe. Das werden wir jetzt mal testen. So, das ist unser Teig. Ich habe in diesem Fall immer noch Klarsichtfolie im Haus. Aber wir werden es jetzt mal mit diesem ökologischen Backpapier versuchen. Und eine kleine Teigrolle. So, das kann auch weg. Jetzt brauchen wir zwei, einer unten, einer oben. Und dann schauen wir mal, wie sich das verarbeiten lässt. Und dann schauen wir mal, wie sich das verarbeiten lässt. So, wunderbar. Das hat funktioniert. Du siehst, einfach diese sehr klebrigen Teige funktionieren mit so einem... Weil wenn ich das... das würde sofort daran festbacken. Das würde gar nicht gehen. So, das heißt, jetzt hole ich mal meine Ausstecherle und dann geht's los an die Kekse. So, ich starte jetzt mit Zimtherfen. Das ist der Einlageboden von meinem Trockengerät. Das heißt, das ist ein Edelstahlboden mit einem ganz feinen Sieb. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht noch zu feucht sind. Dann würden sie festbacken. Das heißt, ich lege erstmal, die erste Zeit noch einmal diesen Paraflexbogen da drunter. verhindert einfach, dass ich sie nicht abbekomme. So, dann steche ich die Herzen aus und lege sie drauf. Ich möchte das Ganze noch um einen Trick ergänzen. Ich habe jetzt festgestellt, die ersten vier Kekse gingen total gut und dann fing diese Form wahnsinnig an zu kleben. So, dann habe ich sie überhaupt nicht mehr rausbekommen, die Herzchen. Jetzt habe ich einen Trick angewendet. Und zwar habe ich noch einmal ein Buchweizenmehl aus den Keimlingen gemahlen. Und mit dieser Hilfe, indem ich da immer mal wieder vorher einstippe, geht es jetzt richtig gut. Ja, also das ist ein Tipp. Wenn du merkst, das kriegst du sonst nicht mal mehr aus der Form raus, dann ist das eine ganz gute Hilfe. Immer einmal die Form vor dem nächsten Keks einmal ein bisschen mit Mehl zu bestauben. So, das sind jetzt die ersten Zimtherzchen, Zimtsterne wollte ich gerade sagen. Das sind die ersten Zimtherzen. Ich trockne sie jetzt und dann wünsche ich euch beim Nachmachen viel Appetit. Achso, und wie lange man trocknet, also im Endeffekt brauchst du sie gar nicht trocknen. Das schmeckt jetzt total lecker. Du kannst sie aber so lange trocknen, du kannst sie nicht übertrocknen. Also du kannst sie so lange trocknen, wie es nicht mehr geht. Und dann sind sie halt ganz fest und knusprig. Oder du magst es gerne irgendwas dazwischen. Das heißt, das probierst du einfach selbst aus, wie es dir angenehm ist. Wie du es gerne selber magst. Ich habe jetzt die Reste von den Zimtherzen noch zusammengepackt. Ich könnte jetzt natürlich noch ein Zimtherz machen. Ich möchte aber gerne noch was anderes probieren. Das zeige ich dir einmal. Und zwar mache ich erst eine Kugel, dann einen Kreis. Der jetzt sieht ihn einmal platt. Dass er ein bisschen flacher ist. Ja, so erscheint er mir gut. Und dann nehme ich noch mal etwas von meinem Dappelpüree und streiche das da oben als Glasur drauf. Das wird dann, wenn es trocknet, richtig schön eine Glasur ergeben. Dafür schneide ich jetzt, also ich lasse es jetzt erstmal auch wieder hier drauf. Ich schneide erstmal drüber rum, sodass ich das dann auf den nächsten trockenen Boden legen kann, ohne jetzt das hier runternehmen zu müssen mit der wackeligen Glasur. Also ich berichte, wie dieses Experiment geworden ist. Moment stelle ich mir vor, dass ich es erstmal antrocknen lasse, dann irgendwann die Folie unten drunter wegnehme und dann, bevor es wirklich hart ist, so in Streifen schneide, wie solches längliches Keksgebäck. Okay, bis dann. Tschüss.